aber ach sie hat aber wir da nicht gerade die eilie und ihre schwester wie heißt sie rina boy kann es sind doch alle nur feiglinge sie nennen sich soldaten gibt es denn niemand der sich wie ein mann verhält hör auf eilie sie hören nicht zu aber vielleicht gibt es einen schicken jungen mann der einem armen kleinen mädchen wie mir helfen könnte das ist aber ziemlich schamlos schwesterchen was machst du denn hier ich dachte du wärst zu deiner heimatstadt zurückgekehrt wer wer bist du ich sollte dasselbe fragen ich bin eilie ich habe das leben gerettet er hat mir besser nach mir geworfen mein leben gerettet hast mir besser nach mir geworfen oder war es aber lange her es stimmt egal komm her ihr müsst eine menge geschichten zu erzählen haben oh ja oh ja einiges passiert es ist schon lange her bali geht es der gut du hast jetzt also eine freundin du hörst dich ich bin bald ist große schwester oh gute nachricht was alle haltet mut schwester übrigens was machst du denn hier bali was mache ich hier so du hast also vieles mitgemacht unsere geschichte ziemlich ähnlich das geschäft ging nicht gut in highland daran beschlossen wir weiter zu ziehen wir haben es bisher geschafft aber könnte es denn sein seid ihr auch auf dem weg nach southwinter ja in diesem fall ja aber die armee von highland bestraft alle die mit dem boot hinausfahren niemand würde es für uns wagen was tun wir also ach so ist das was solltet ihr tun bali was fragt ihr über mich sehe ich aus wie ein hellseher was solltet ihr tun ich weiß doch nicht soll ich euch die zukunft her sagen nee lass mal lieber ich kann nicht glauben dass er hier versetzen wir haben wirklich pech es ist okay wenn all kam eine weile hier bleibt nicht wahr ja bleib du nur hier bei aber ich glaube jetzt weiß ich wo ich hin muss ich glaube ist ich glaube es zu wissen nein das hängt erst mal das spiel wieder sind wir nicht anders gewöhnt ne zu dir will ich nicht ich will da rändern hallo weihnachtsmann ah weiß ich es doch wir sind noch eine kumpel war dann fährst du nicht mit dem boot für uns hinaus was soll das heißen wie auch der wind blazt und die würfel rollen wie komme ich über den see wer ist das schenner hey der typ spricht von einer überquerung des sees da wollen wir gleich mal sind das hier für zwei freaks schenner ich werde es nicht machen gib auf und geh nach hause janko was für name hey großer bruder ein anderer kunde er sieht ja noch was mit seiner frisur wer seid ihr jungs wir möchten das haus sind nicht schon wieder es tut mir leid aber mir ist nicht danach geht nach hause aber wir wissen ich muss aber wenn sie du komm mal eine minute her du bist ziemlich entschlossen okay wir machen es so wir werden darum würfeln wenn du gewinnst fahr dich mit dem boot hinaus wenn ich gewinne behalte ich dein geld was spielen wir blackjack blinde kuh verstecken was bleibt uns üblich okay ich mache es okay abgemacht du kennst doch die regeln von von was shin shiro rin ach du meine güte nicht wahr äh nein es ist ein spiel bei dem zwei personen um die höhere punktzahl würfeln wirft drei würfel wenn zwei würfel die selbe punktzahl haben ist der dritte würfel deine punktzahl der spiel mit der höhere punktzahl gewinnt das spiel wenn du dreimal würfelst und keine punktzahl erzielt hast du verloren es gibt einige sonderfälle wenn du vier fünf sechs würfelst oder drei gleiche zahlen außer eins verdreifacht sich dein einsatz wenn du andererseits 1 2 3 oder drei mal die einen service verlierst du den dreifachen einsatz oh mein gott soll ich mir das merken entferner deine würfel entferner deine würfel aus der schale rollen ist es ein pf ein pf man haben wir wollen bis bis auf oder was sie mit dem pfeil und sei vorsichtig dass sie in der schale bleiben nun das ist eigentlich schon alles hast du alles verstanden wir werden ja mal sehen okay was 2001 hat spiel dir sprich ja toll ein einem punkt du bist dann ähm 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 keine punktzahl oh mein gott ha ich hab dir vier ha 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 hey es sieht so aus als hättest du gewonnen du hast glück oh verdammt ich habe verloren war das jetzt alles ja es hängt wieder dankeschön heißt das du fährst jetzt rüber hey was für eine überraschung du hast ziemlich viel glück Bruder nein du denkst du dich etwa daran in dem boot hinauszufahren nicht wahr mit diesen soldaten von Highland das nicht zu spaßen macht das boot bereits die würfel lügen nicht wir werden sie über den see bringen mit dem schicksal falsch geschrieben sogar noch kann man nicht spaßen weißt du ja die rechtschreibung wirklich wirklich du bringt uns hinüber ok war der mein augenblick ok bali nehmen wir die andere mit uns es ist sicherer für uns alle diese beiden sind ziemlich ich weiß nicht verdächtig mit der frisur von jamco ja was meinst du mädchen ich sagte dass du uns wirklich ein gefallen tust aber könntest du noch ein bisschen warten wir möchten einige andere freunde mitnehmen gehen wir bali nun beeilt euch ich möchte nicht dass die armee von heidel etwas herausfindet alter diese frisur so ab wie so ein pudel ja jetzt haben wir unser boot es holen wir schnell die ball kann und ruina die spielte gefällt mir irgendwie hallo weihnachtsmann ja da muss ich hin hey bali hast du schon etwas intelligentes ausgedacht ich verstehe großartig gemacht bali du willst ein spiel und kriegst ein boot was ja so bin ich halt aber ich hoffe dass es gut geht es gibt vielleicht piraten ich habe keine andere wahl aber wir sind so viele dass sie es schaffen sollten macht ihr keine sorgen darum das stimmt das stimmt nun bali es sieht so aus als wenn wir wieder zusammenreisen okay wir brechen auf also der gruppe bei der gruppe bei also sind noch nicht direkt ja und ändern auch ja genau ich steck mir nach vorne wieder eine nach hinten nach hinten aus ja so sollte es eigentlich gehen so na dann wie schaut es eigentlich ausrüstungsmäßig aus ich habe keine ahnung beteiligungs team beteiligungs 16 aber ich glaube der rüstung können wir doch ein bisschen warten ich hoffe es doch hallo die kohls ach jetzt bin ich da runter falsch hallo die kohls da waren sie ja schon das seid ihr ja ihr habt aber eine menge freunde mitgebracht wir sind dir so dankbar dass du uns an bord eines feinen boden lässt was überlasst das nur mir fräuleinchen alle an bord von leiden ein bruder hat eine schwäche für hübsche mädchen das ist ein schmales boot da verdammt nächstes mal was was soll das haha da ist die leers gegangen schöner was das wäre von selber ok ja wie das bringt schade hätte eine reuchte reklame da oben drauf ok das sind wir gespannt wo uns das boot hinbringt da die melde gefilter auf siehst du ich habe mein versprechen gehalten vielen dank ok also brechen wir nach south window auf south window ist genau südlich von hier besser besser südlich südlich ja als gut boykant ok ihr alle gehen wir beide äh 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 ähm ja ja südlich von hier ähm ähm äh 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 ähm blöde sage welcher Nathan sind wir seit ConnorEdet ich kenne mich langsam nicht mehr aus äh 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 lonne äh 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 jetzt wieder ein schmied item laden da guck mal noch mal vorbei gibt es hier feine könnte ich mir mal wieder mitnehmen ich muss ich möchte ich musste das ganze inventar wieder mal auf screen aussortieren wir sind kurs kurs genau also südlich dann lassen wir mal auf direkten wege nach unten nach south window das sind die beuteltiere vereinigung ja das einzige das zeug nicht mehr da ist wir haben nicht für diese schöne vereinigung was ich ein bisschen schade findet aber naja es sollte so eigentlich auch gehen mal gucken wie stark die sich gegner hier sind wie schwer das spiel angezogen hat kommen wir mal naja das ging jetzt sogar schlub es hat bei dir ein bisschen madame ok so schwer sind die noch gar nicht die erfahrungspunkte sind auch mäßig stadt south window du 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 ach sie an hey ihr seid endlich her gekommen hier drin balle director Wer spricht denn da mit so lauter Stimme hier drüben? Ist dir mein Sohn etwa ein Freund von dir, Bali? Na klar, das ist der dicke, fette Victor. Das ist... Das ist Bär? Das ist Victor. Ja, das stimmt. Hey, kommt hier herüber. Haha, du hast es also geschafft. Gut. Die anderen, die aus Moose entkamen, sind überall verstreut. Und ich habe große Probleme, sie zu finden. Nee, Victor, lass es. Lass es einfach. Hey, Bali. Wie hast du es denn geschafft, so hübsche Damen zu finden? Ich wusste, dass irgendein Spruch kommt. Wie ich sehe, hast du viel Erfolg bei den Frauen. Hey, wie kannst du es wagen? Hohohoho. Was? Was? Hübsch? Meinst du etwa... Oh, mich, Schnulz. Jetzt geht der Zicken-Terror los. Hey, wo ist Joey? Nicht hier? Nun, eigentlich... Da weiß noch gar nichts davon, oder? Ich verstehe. Ich hörte, dass Annabelle auch ermordet wurde. Aber... Ich konnte das einfach nicht glauben. Nun, es muss eine Erklärung dafür geben. Egal. Komm zur Taverne. Flick ist auch da. Wir haben ein Wiedersehensfest. Ja, ist klar. Treffen immer nur in der Taverne. Beide Nerven. Ist ja wohl schlimm, oder? Na, guck mal doch mal hier gleich in den Itemladen. Ja, es hängt wieder. Oh, was gibt's denn hier alles? Wagnenschutz. Oh, mein Gott. Teilgebobus 3. Ausrüsten. Verteidigung 5. So wegen der Medizin? Ne, wir lassen das mal schnell. Seltene Gegenschwerte. Ein altes Buchband 3. Warum Gegenschwerte sind voll? Na, verkaufen wir mal ein bisschen was. Bandana können wir entledigen. Tunika. Die Robbe. Alter, ich suche eine Menge Milz, die wir mit uns rumtragen. Holzschuhe können auch weg. Was haben wir noch? Oma kann auch weg. So. Äh, nein. Sehr, die Gegenschwerte sind ein altes Buch. Gegenschwerte für Bibliothek. So. Jetzt müssen wir wieder wissen, wo diese Taverne ist. Mysteriöse Gestalt in schwarz. Moment, den kennen wir doch aus, 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 aus. Ähm, lügt mich jetzt an. Moose? Was wollt ihr? Habt ihr etwas mit mir zu schaffen? Würdest du hier unsere Klubbe? Ah. Clive. Oh Gott, wo können wir denn Clive rekrutieren? Er war jetzt schon? Lass mich mal schnell gucken. Sobald wir ein Boot besitzen, können wir mit ihm sprechen. Ja, wir haben noch eins, oder? Mich euch anschließen, tut mir leid. Ich jagen einen Kriminellen. Ich glaube, du kennst sie. Ich weiß, dass sie nach Lake West geflohen ist. Aber es gibt keine Möglichkeit, da hinzugelangen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch Typen abzugeben. Alter, bist du wieder nett, ey. Okay, wenn wir ein Boot haben. Da könnten wir wieder speichern. Ah, ich bin ein Ruhemeister. So, was hast du ein bisschen, mein Freund? Seltene Gegenstände. Wasser. Blitz. Das finde ich doch für Angriffe und Heilung. Da werden wir uns mal... Wir haben eine Windrone. Okay, aber Blitz werde ich definitiv noch eine mitnehmen. Anbringen. Blitz. Barley ist voll voll, kann es voll Nanami, ist auch voll Rina. Werden wir mal einen Eili anbringen. Kling. Wir haben eine... Wir haben hier bitte eine Wasserrune. Ähm. Ah, Nanami hat eine. Okay, 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 okay. So, wo ist jetzt diese Taverne? Äh, was ist das? Ähm. Keinmal? So, was mind's? Überrasch? So, was? Die nette blinden, was? Oh mein Gott. Hä? zwei lesen gestalt kugel kerze als hauert pelz tracht blumen bilder blutrecken wissen der junge okay ich wüsste nicht für was jetzt ein wissen den jungen brauche um mann antiker händler jungs wo sie sich heißt aber er sieht auch verdächtig aus ich bin ganz dazu ein großer priester ja schön für dich dann können wir glaube ich auch rekrutieren muss fragt mich nicht bitte wann und wie und wo das mich kurz gucken ich finde gerade ich finde ich war auf meiner liste was da ist was vor jungs ist erstmal egal der rekrutierung schließen wir uns mal später aber auch nicht vorbei jungs wo ist die taverne ich hätte bitte gerne ein paar hinweisschilder ist die hier mit drinnen bezweifle ich allerdings das kater war das ein gaststelle kollege nur gut dass du beliebt hast bali der nami und plieger auch es tut mir leid dass ich so brüsk sein muss was bitte ist brüsk aber ich habe schlechte nachrichten kommt hier herüber nun hört mir einmal zu wir hatten auch eine ziemlich harte zeit in der tat sind wir hier erst gestern angekommen weil dieser kerl viele umwege machen wollte nun wir sind endlich hier angekommen darum möchte ich mich nicht beklagen egal ich habe nur gewartet dass auch die anderen ankommen was was ist mit leona und den anderen nein sie sind noch nicht hier wir waren die ersten und dann bist du gekommen alle anderen werden wohl auch bald hier sein ich hoffe dass es allen gut geht wir auch nun es ist zeit für uns den bürgermeister dieser stadt zu treffen ein kranmeier bali ich möchte dass du und deine freunde mit uns kommen planst du etwa den bürgermeister zu deinem verbündeten zu machen so ist es ich wandte herum und versuche meine freunde zu sammeln die in der ganzen gegend verstreut sind wenn ich sie alle gesammelt habe brauchen wir einen platz wo wir bleiben können wir brauchen auch geld um sie alle zu ernähren ich gehe auch ich werde hierbleiben und meinen tee genießen ich möchte nicht so förmlich sein kommt bald zurück dass da das liegt östlich von dir wenn ihr eine weile geht werdet ihr finden victor ist der gruppe beigetreten soll das jetzt heißen wir haben endlich victor ja stimmt wir haben victor jetzt endlich sehr schön das gefällt mir und den flick juhu wir haben zwei neue rekruten sehr schön so ist es brav ja hängen halt wieder ist ja gut östlich ich glaube ne moment stop bevor wir hier weiter östlich gehen ich glaube wir erstmal speichern wieder angebracht willkommen ins haus winter du bleibst doch sicherlich werden wir erstmal schön gemütlich die daten speichern ja zack ja Untertitelung. BR 2018